Das ist ein Blockupdate Ja, kurzem standen wir so Hier, rechts Das ist das Ende mit dem Ja, da gleich mal Ja, das ist entweder mit einem Blockupdate oder mit einer Fackel Ja, aber das ging mit den jetzt Das ging mit Redstone Ja Die Büro-Schaltung oder so hieß das glaube ich Kann ich noch eine Schaufel? Ja Inventar ist fast voll Ja Oh, hier geht es runter Hier waren wir schon Nein, nein, hier waren wir schon Ja Ja Warten Wichtig, ja immer lauf ich gerade nur in die falsche Richtung Na, hier ist er dann Ja, jeder lauf ich genau in die falsche Richtung Na, ist er eh ja, hauptsache Oh, Junge Erschreckt mich nicht Ja, hab ich nicht erschreckt Ja Ja Ich kann ihn für irgendwas sicherlich benutzen Warte mal, welchen Layer sind wir denn? 39 Ja, okay 40 23 Blöcke tiefer, okay das könnte sogar gehen Äh, falls Jetzt die Leute nicht wissen was ich mit 23 Blöcke tiefer und so meine Wir wollen uns einen XP Farmer bauen und Wenn man 23 Blöcke tief fällt Hat man nur noch genau ein halbes Herz Und dann reicht ein Schlag Das ist genauso wie bei den Mobs Sie fallen 23 Blöcke tief, man kann sie mit irgendetwas Mit einschlag one-hitten und sie sind tot Und man bekommt die ganzen XP Okay Achso, mein Inventar ist voll Ganz auf Ne, meins ist noch halt der Ja, weil du mir den ganzen Müll gegeben hast Ja Und so wollen wir das dann auch bauen Wir können doch einfach auch mit Strömungen, dass du zu einem Loch kommst Vielleicht einfach mal Das ist sogar ein Scherzschlag Ja, damit verbrauchst du dann zum Mit den 23 Blöcke tief ist das auch nicht schwer Ja, okay, weil wir mit tief in den Blöcke kommen Wir kommen noch recht tief Sind jetzt auf Layer 40 Also jetzt eins höher ist Layer 40 Ne, warte mal Was möchtest du dann ja? Die werden zur Seite getrieben Das sind sowieso Spinnen Die klettern doch wieder ran Die Pfeil haben sich direkt Stimmt, das sind Spinsporner, ne? Dann würde ich sagen, machen wir das entweder bei einem anderen Dungeon Oder wir suchen uns noch ein Anderen haben wir denn? Ja, wir haben noch in einer anderen Hölle eingefungen gehabt Stimmt Irgendwas will ich jetzt wegwerfen Ein Pfeil Hast du Pfeile? Sammel mal auf Was Pfeile? Ich lade einer rum Zähne nicht Hä, jetzt ist es ein Schweinespawner Ja, nein Vorhin waren auch keine Spinnen mehr drin Er zeigt auf dem Server immer ein Schweine Aber wenn dunkel ist, dann Spinner trotzdem spinnen Ich meine Pegangs kommt Ja Soll ich wieder Platz im Moment haben? Und wenn kann man uns noch welche Crash geben Ich hab noch Platz im Moment haben Ja Jetzt hab ich ein Platz im Moment Hier war es noch Metall Wir haben so viel Metall Wir brauchen mal Kohle, um was zu verarbeiten Spinnen fallen trotzdem, aber wir bräuchten sowieso, ne, einmal habe ich so, aber wir bräuchten Wasser. Es gibt hier sicherlich auch, weil sie spawnen ja nur da, wenn Boden unter denen ist. Das wäre da Wasser, was sie zur Seite treibt und da fallen sie dann 23 Blöcke tief. Das erste, ne, weil Spinn ist das nicht total, und außerdem was bekommen wir, ja, von denen nicht viel, das ist Spinnseide, und wofür können wir benutzen? Für einen Bogen. Ha, toll, dann können wir auch einfach bei unseren Schafen einfach scheren. Kann's auch jetzt einfach mitkommen, wo ich sowieso falsch rum renne. Ach, schieb ihn nicht weg. Wasser, Wasser, Wasser. Was? Oh, wieso lässt du da Wasser rein? Also ich hab noch relativ viele, also Adventure Maps, die wir auch noch zocken können. Normal würde ich mal sagen, mach mal so ein Playthrough, ein paar Parts darüber, passt das. Das ist überhaupt nicht, wenn ich so Wasser war. Ja, Wasser. Oh, da wurde ich jetzt reingeschwitzt. Hier sind Seerosen. Soll ich es doch offen lassen? Ja. Und wenn man hier hochkommt, hier ist noch vorne. Boah ey, nur weil Benniwalt musst du dich nicht erschrecken. Ja, schon wieder. Soll er doch gehen. Ich baue... Muss in die Abbauung. Ach, wieso dauert es denn unter Wasser eigentlich in Länge? Ja, ich bin ja noch in einem Loch in den Fenster. Ich dachte, ich hätte den Loch gesetzt. Ich dachte, du wärst schon weiter. Dann lass mich jetzt mal ausgehen. Ja, komm raus. Ich lass jetzt die Finger davon. Hm, ich bin ein Teil des Beutens. Hier. Hier. Ich weiß, hier ist eine geile Angabe. Ich bin hier. Nein, warte, ich komme. Ja, ich bin, wenn du vor dem Loch stehst, da wo ich dich eben eingeschlossen hab, nach links. Ach, okay. Essen. Nein, kein Problem. Ich dachte, ich dachte, du wärst ein Zombie bei dem Spitzer. Du bist da vorne aus. Nun du mal die Chests. Muss ja auch eine haben. Dann kannst du das. Ja, jetzt hab ich dir eine gegeben. Warte, was du bist und das nicht. Ich hab zwei. Ja, die eine hast du ihn von mir bekommen. Rottet, verrottet, verrottet. Ah, verrottet. Verrottet. Jetzt hab ich das Fleisch gegessen. Warum? Warum nicht? Ja, ich hab da auch noch normales. Aber für ein Herz? Nein, Spitz hat das kaputt. Das ist mit Metall. Komm mal her. Ach, du bist da. Darf ich trotzdem den Ketten fangen? Nee. Ich würd's nur sagen, dann unterbrechen wir jetzt hier erstmal noch mal ganz kurz und schauen. Nur mal kurz den... Jetzt wollt' mir nochmal gucken. Ach ja, stimmt. Ja, egal. Wir unterbrechen jetzt mal kurz. Also, bis nachher dann. Ciao. Oh, falscher Knopf. Ciao. So, und da sind wir auch schon wieder. Und ja, wir haben eben gemerkt, ich muss auch eine andere Festplatte aufnehmen, weil meine andere volle ist. Ja, okay. So, was wollt' mir eigentlich eigentlich machen? Äh, voll hoch. Stimmt, ja. Wo geht's hier lang? Ich höre einen Zombie. Ähm, schon. Ja, ich höre eben einen Zombie. Ich hab ein bisschen Ton lang. Ich hätt's so auch hören müssen. Kennst doch meine Anlage. Hier geht's nicht weiter. Vielleicht hören sie dich so besser. Muss mal mal gucken. Ja, hör auf so zu röcheln, ey. Ich schlag dir dein Schwert in die Eier. Geht nicht die Kofferseite. Ach, ach, ach. Ach, ach. Irgendwie. Du bist die. Ich glaub im Kreis. Ich glaub im Kreis. Ich glaub mal. Bananen. Ach, hier rechts runter. Hier rechts runter. Da geht's nicht runter. Ah, ja, ja, okay, warte. Ich glaub, ich weiß wo wir sind. Sag ich doch. Du bist tot? Ach so, ne, hier nicht. Ich glaub doch nicht, dass ich weiß wo wir sind. Ich glaub doch nicht, dass ich weiß wo wir sind. Hier rechts. Doch, gehst du da nicht. Ach, schon wieder? Hier rechts. Ne, lauf die ganze Zeit im Kreis. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Da waren wir doch gerade. Ja, aber hier ging's doch noch in eine andere Richtung. Hier ging's doch noch runter. Ich wette, ich komm gleich wieder zum Landen. Ah, ne, hier sind die, so. Egal. Ja, das ist die Wasserquelle. Aha. Ich wette, hier geht's auch nicht weiter. Hier sind wir schon wieder, ey. Ich lauf die ganze Zeit im Kreis. Wo geht's hier weiter? Ich lauf nur ganz viel Kohle. Ja, toll, ne, wir sind irgendwie in einem Kreis verlaufen. Ja, ha. Aber irgendwo müssen wir noch hergekommen sein. Wir sind doch irgendwo eine Treppe hoch. Ja, und hier ist so eine hellen Tor. Ey. Ich bin drunter geschubst. Äh, ja. Ich fern hier lang. Ich schaff's. Ich fern hier lang. Was hast du? Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich bin. Ich bin schon wieder bei dem See. Ich bin schon wieder bei dem See. Ha, 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 ha. Ich bin hier. Kann ich mit Telefon einfach? Kannst du ja. Da war ich drauf grade. Jetzt bin ich da wieder. Ich weiß nicht, wo wir hier rauskommen. Was ist denn das? Ich kann mir da nochmal viel hinladen. Ich bin schon wieder bei Spawner. Haha, da war ich auch hin. Follower zu Spawner. Das müssen wir einfach schaffen. Nein, warte. Ich glaube, da geht's auch auf. Warte, dann wieder. Hier ist Kohle. Kann sie sowieso nicht bekommen. Kann ich's gefunden werden? Nein, die geht so weiter. Schau mal. Ja, Mann, super. Jetzt nehme ich auf die Festplatte drauf, die saulaut ist. Ich bin drin. Kannst du? Komm mal einfach mal zu Spawner. Wenn ich ihn finde. Dann findest du hier. Kannst du hier. Kannst du hier einfach zu finden. Dann müsste ich hier sein. Komm, Spawner. Äh, sind so wie es vor allem. Zum Beispiel müssen wir uns nicht essen hier. So, wir sind zum Dungeon, sind wir von hier unten gekommen. Oder? Ja. Ich glaube. Ja, nein. Doch, hier hoch. Hier sind wir noch nicht. Das kommt später erst. Hier sind wir noch nicht. Heute immer schon wieder hier. Nee, da wartet. Ich glaube, ich weiß, wo. Das hier ist das andere Wasser. Hier, das hier ist das andere Wasser. Stimmt. Die geht's runter. Ja, da waren wir auch noch nicht. Jetzt wieder runter. Ich hab die Treppe gefunden. Ja. Ich bin so gut. Lass mal ein Schild aufstellen hier. Oh, Spinne. Hier. Ich hab's doch gesagt, Kled. Hey Enderman! Wo ist der mit der Mund? Es hat doch gesagt, Kled. Wo ist der Enderman? Da! Endy. 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 Bleib stehen. Ich titte dich. Welche Schlinge brauchen die denn? Jetzt er weg. Ach. Er hat das dann total schwer. Gat ich immer hin und gehört. das war das erneut ich habe eine wenn ich damit schubs ich nicht runter ich bin da unten aufrufen du bist runtergefallen das Gold bis zum Spitzsacke Creepbox äh Sklett, geht da nicht runter wir bleiben bleiben hier dann gehen wir später runter ja ich weiß nicht nicht ich bin hier drin doch ich weiß aber oder? nö doch dann der Gravel nein das ist falscher Gravel hier ist der Gravel der Gravel der Gravel vor allem Gravel ist nicht mein deutsches Wort nee Gravel aber sondern der Kies das Kies der Kies das Kies warte die Treppe ist da hinten ich weiß nur die Treppe ist auf nach oben ich bin gerade vorbeigelaufen da ist die Treppe da ist sie wir sind nach oben